Wenn es in Südwestfalen nicht gelungen wäre, einen gemeinsamen Regionalmarketing-Ansatz zu finden, der wirklich die ganze Region und die Wirtschaft begeistert, dann wäre diese Region nicht da, wo sie heute steht. Und wie Sie davon profitieren können, das sehen Sie jetzt im Video. Haben Sie schon mal versucht, über einer einzigen Kerze einen Topf Erbsensuppe aufzuwärmen? Klappt nicht. Nur, wenn viele zusammenstehen. Genauso ist das mit dem Marketing für unsere Region. Eine riesige Aufgabe. Denn unsere Gegner heißen Pampa-Klischees, Abwanderung und Fachkräftemangel. Allein macht man da gar nichts. Deshalb heißt es zusammenstehen. Wir sind mehr als 59 Kommunen. Mehr als fünf einzelne Landkreise. Wir sind Südwestfalen. Eine Region mit einem gemeinsamen Ziel. Sichtbar, fühlbar, relevant zu sein. Tschüss Pampas-Klischees. Hallo Region der Zukunft. In der 150 Weltmarktführer zu Hause sind. Stärkste Industrieregion NRWs. Und größte Naturparkregion Deutschlands. Dafür hat man sich 2007 zur Region Südwestfalen zusammengeschlossen. 2008 die Südwestfalen-Agentur gegründet und 2011 den Verein Wirtschaft für Südwestfalen. Der hat inzwischen rund 400 Mitglieder, die alle von der gebündelten Marketing-Power für die Region profitieren. Konkret Marketing-Strategien, die ein einzelner Player alleine nie umsetzen könnte. Um Südwestfalen als grüne und wirtschaftsstarke Region bekannt zu machen, zeigen Sonderveröffentlichungen in überregionalen Medien unsere Stärken. Fahren LKW mit Südwestfalen-Werbung quer durch die Republik, können vielfältige Südwestfalen-Materialien im Online-Shop bestellt werden und gibt's in Social Media ganz viel Wow. Um den Unternehmen konkrete Mehrwerte zu liefern, zeigen Starterpakete potenziellen Bewerberinnen, wie schön und vielfältig Südwestfalen ist. Bieten digitale Impuls-Cafés Inspirationen und Austausch von und mit spannenden Referierenden. Erreichen wir eine große Öffentlichkeit durch gemeinsame Messebesuche, interessante Unternehmensprofile, Innovationswettbewerbe. Um Fachkräfte für die Region zu begeistern und in die passenden Unternehmen zu platzieren, präsentieren bundesweite Kampagnen den Job-Giganten Südwestfalen. Er ermöglicht das Gap-Year, jungen Menschen und Unternehmen sich im Arbeitsalltag kennenzulernen. Und zeigt das Standortportal südwestfalen.com wirklich alles, was in und für die Region wichtig ist. Und dann macht das Regionalmarketing noch ganz viel mehr und setzt Südwestfalen so auch politisch auf die Agenda. Hatten wir schon erwähnt, dass davon rund 400 Unternehmen überzeugt sind? Sie auch? Oder versuchen Sie es noch mit der Kerze? Oder versuchen Sie es noch mit der Kerze?